Musik Die Sonne ist ja da, sie ist nur hinter den Wolken, das gibt es manchmal. Und es war einfach aus dem Grund heraus, Gemeinschaft zu erleben, zwischen der Geschäftsstelle, zwischen dem Tagungshaus und dem Ziffer, dem Kollege damals. Jetzt hat sich alles weiterentwickelt, es sind alles mehr geworden. Irgendwann haben wir die Senioren eingeladen, weil man denkt, die gehören doch auch eigentlich noch zu uns, nicht nur zu Weihnachten, jetzt sind sogar noch die Generalsekretäre da und Generalsekretärin. Wir haben andere Gäste, Dienstleister, die für uns arbeiten und so weiter, Angehörige, Freunde, Kinder und so weiter. Also ich freue mich, dass ihr alle da seid. Musik Musik Es gibt uns alle in die Frauen, die oft in der Niederlangen, die oft in der Welt, in der Welt, in der Welt.